Moin Leute und willkommen zurück, mal wieder zu einer Runde Minecraft Bad Wars. Mal zusehen, dass wir ein paar Blöcke kriegen, ne? Wie, das ist aber was? Wir? Nein. Bei Team Rot müssen mal wieder welche gelieft sein. Eben in der Lobby waren es noch zwei Viererteams. Und nicht ein Viererteam und ein Zweierteam. Ich hoffe, Team Rot zieht das jetzt auch so durch. Sneake ich gerade? Ja gut, ich sneake. Fühlt sich erst nicht so an. Mal wenn Team Rot jetzt wieder leaft. Ja gut, dann haben wir noch einen Rekord. Aber eher einen traurigen Rekord. Ähm... Wo sind unsere anderen Leute? Ich wollte gerade schon schreiben, was der für eine Scheiße wieder fabriziert. Aber die scheinen sich abzusprechen. Die scheinen auch einen ganz guten Plan zu verfolgen. So, ist dann Gold. Äh... Silbe. Ist sogar. Dann werden wir uns nämlich einmal eine Brustplatte holen. Eins, zwei, drei. Und sogar hier noch ein bisschen was zum Anziehen. Und dann gleich mit rüber rennen. Ist ja irre, ich sehe mir einen anderen Teammitglieder sogar. So, Bad ist ein bisschen zugebaut, damit er keiner durchrushen kann. Damit er den Namen, dem Map nicht gerecht werden kann. Ah perfekt, Donald Duck läuft durch. Prost, Donald. Du schaffst das. Ja nice. Und den schnappen wir uns jetzt. Nein! Nein! Ich will auch einen Kill. Kann nicht wahr sein. Gleich wieder rüber und dann wird geboxt. Wird nur versucht, die so runterzuschmeißen. Bin mal gespannt, ob das hinhaut. Na schade. Na ja. Gewonnen ist gewonnen, ne? Haben wir jetzt nicht allzu viel beigetragen. Haben sie echt gut geschlagen, muss man echt sagen. Gut. Dann sehen wir uns gleich bei der zweiten Runde, würde ich sagen. Bis denn. Willkommen zurück zur zweiten Runde von Badwars. So schnell. Ich will ein paar Blöcke haben. Eventuell meinen Rekorder noch brechen. Der wird nämlich schön. Ich glaube, da ist wieder ein Genie mit dabei, was versucht unser Bett abzubauen. Super, Team Blau ist nur noch einer. Ich habe das gerade gesehen, dass der unter mir den Block wegbauen wollte. Er ist so ein sozialer. Er ist so ein netter Sozialer. Er kassiert die ganze Zeit das ganze Bronzezeug und macht nix. Da kriege ich echt das Reihe an. Und zwar ganz aktiv. Der hinten hat einfach keine Chance. Klar, er kann das Bett zubauen. Und dann? Dann dauert das ganze einfach nur länger. What war das denn gerade? Dann scheint er jetzt auch nur zu warten. Oder darauf, dass wir weit genug dran sind. Oder dass er einen Sonner kicken kann. Oder er wartet einfach nur auf seinen Tod. Ja, aber da er uns nicht entgegenkommt, wird das auch kein neuer Rekord. Hä, jetzt auch eher ein doofer, langweiliger Rekord, ne? Ist doch besser, wenn man wirklich zwei Vierer-Teams hat. Und dann da ein bisschen richtig bettinkern. So, ich hab auch keine Blöcke mehr. Warte, wofür holt ihr euch eigentlich die fetten Blöcke dahin? Was soll sie denn machen drüben? Ist doch totaler Schwachsinn. Deswegen kommt man hier nicht vernünftig rüber. Weiß ich, ist da vorne jemand am Baum von uns? Sieht nicht so nach aus, ne? Da hat mich nicht gerade eben einer überholt. Da ist man hier vorbeigerannt. Klasse, deswegen haben wir jetzt keine Blöcke geholt, weil ich dachte, die... Machen wir weiter? Ne, was ist denn da ein Spieler? Hat wer Schwert? Das ist die geilste Frage, die ich je gehört hab. Kompliment an den Autoren. Ja, okay, vielleicht sollte ich da doch nicht mehr so allein weiter bauen, nur mit einer Spitzhacke. Neunsehen. Mach du mal weiter. Du hast da ja perfektes Equipment dafür. Ich werd's bestimmt nie machen. Da schießt schon wieder mit Fein und Bogen. Mach drüben weiter. Muss man dir das erst erklären? Mach weiter. Tja. Moinsehen. Ich komm doch mal rüber, ne? Nicht? Mach mal... Digga, mach oben weiter. Ach man, was ist denn das für ein... Ist doch klar, dass man jetzt versucht zu zweit hier... Äh, was zu reißen. Dann hat's mal folgendes. Wir nehmen dir ein bisschen so weiter. Und wir versuchen jetzt einfach mal was. Genau das. Genau das. So, Leute. Und jetzt einfach nur rüber. Vertrauen sie sich alle nicht. Ich hoffe, dass sie jetzt... Dass das Ding jetzt gewonnen ist. Ich bin... Oder kommt ihr da immer noch nicht klar? Warte, die kommen da immer noch nicht gleich. Liebe, nehm dir ein paar Blöcke mit. Leute... Sie ist alleine! Und ihr müsst mal so ein bisschen Risiko fahren, wenn ihr da was gewinnen wollt. Ich hab da einen, Mann! Das ist echt der Hammer. Ich hab da einen, Mann! Na endlich! Hast dich aber gut geschlagen. Muss man ja auch mal sagen. Oh, und wie lange ging das Ganze jetzt? Fünf Minuten! Das müsst ihr euch mal reinziehen. Für ne Aktion 4 gegen 1. Naja. Ihr habt's ja selber gesehen. Und habt ja mitbekommen, was ich davon halte. Wenn's euch trotzdem gefallen hat. Oder zumindest unterhalten hat. Das ist ja auch die Hauptsache. Dann Daumen hoch oben nicht vergessen. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, haut rein! Ciao!